Möchtet ihr euer iPhone 7 zurücksetzen, aber ihr wisst nicht wie? In der heutigen Video werde ich vorstellen, wie Hard Reset und Werkseinstellung für iPhone 7. Doch zuvor möchte ich euch den Unterschied zwischen einem Hard Reset und einer Werkseinstellung erklären. Hard Reset ist die offizielle Bezeichnung für einen erzwungenen Neustart. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Daten auf dem Handy gelöscht. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euer iPhone Hard Reset könnt. Drücke die Leiser und die Einschalttaste gleichzeitig für 10 Sekunden. Das Apple Logo wird angezeigt. Dann wird der Hard Reset gestartet. Mein iPhone 7 wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Daten sind wieder da. Als nächstes werde ich zeigen, wie du dein iPhone 7 auf die Werkseinstellungen zurücksetzen kannst. Die erste Methode ist die Werkseinstellung in den Einstellungen. Tippe auf Allgemein. Scrolle auf dem Bildschirm nach unten und tippe auf iPhone übertragen oder zurücksetzen. Du wirst alle Einstellungen zurücksetzen sehen, lösche einfach die Einstellungen. Jetzt kannst du auf Alle Inhalte und Einstellungen löschen tippen. Tippe auf Weiter und du kannst mit dem Daten-Upload zu iCloud fortfahren oder das Backup überspringen. Wenn das Netzwerk schlecht ist, kann es manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen. Daher empfehle ich die Verwendung von Tenorshare ReiBoot. Den Download-Link findet ihr in der Anleitung. Schließe zunächst dein iPhone 7 an deinen Computer an. Dann starte ReiBoot. Klicke auf Gerät zurücksetzen am unteren Rand. Wähle auf Werkseinstellung zurücksetzen. Lade die Firmware herunter. Sobald der Download abgeschlossen ist, klicke auf Starten. Es wird dann beginnen, das iPhone 7 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. ReiBoot löscht alle Daten auf dem iPhone 7. Nach einer Weile war das Zurücksetzen meines iPhone 7 abgeschlossen. Auf dem Bildschirm wird Hallo angezeigt. Richte nun das iPhone ein. Nord features auf dem Bildschirm das iPhone 7 an. Die wir werden besagt müssen. Die wir werden dort vonются auf dem Bildschirm. Ansonsten wird nach einem Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist der Name wiederholt. Auf dem Bildschirm. Mein Bildschirm ist der Name jetzt nicht. Wir werden exigern.